hallo und ich heiße recht herzlich willkommen zurück zu world war two ich habe meine stand klasse ein bisschen umgebaut und von meiner wenigkeit auch hallo erst mal ja genau das antrag ist auch wieder am start operation griffin ja da haben wir letzte runde ja schon gerockt ja aber mit einem kleinen anderen punkt wir haben ein bisschen gewartet bis eine neue bis wir in eine neue lobby reingekommen sind wir haben die lobby verlassen und erst mal ein bisschen gewartet weil letztes spiel war ziemlich anbelangst und das muss dann nicht sein ich weiß nicht man nimmt es so ein bisschen den spiel spaß war immer nicht will ja eine herausforderung haben aber das war ja mein gott die hatten drei relativ kleine level drin die krautfresser wollen mit einem heimlichen angriff die kampflinie durchbrechen haltet sie auf bis das sprengkommando die letzten beiden brücken zerstört hat und die deutschen dürfen ihre panzer nicht durch die kampflinie bringen das ich habe luftwaffe gerade genommen und da habe ich nämlich ein scharfschützengewehr mit können dreck also bei b habe ich schon mal versagt gerade noch nicht ja verflixt b ist unterwegs die eskarte ausschalten das könnte interessanter werden schauen wir mal ich halte die eskarte aus ich schaue mal in richtung b ich hasse diese blank granate ach so das ist einer von uns verdammt und ich habe ein ganzes mal gesehen dass er dann verschwenden das ging mir letzte runde glaube ich mal da kann ich mir auch etwas traurig der sniper der da bei b ist der ist gut ich weiß nicht ob das jetzt wird der sniper war also wir haben den kompletten panzer zu zweit zurückgebracht ich weiß nicht ob das jetzt wird der sniper war bei a sind sie jetzt wieder in zwei minuten sind wir bereit die brücke zu zerstören ich versuche mal ach so a haben wir wieder ok ok bei b sind es wieder jemand c ist durch unseren igel der weg versperrt ja auf jeden fall ja du kannst schon sagen dass wir da jetzt schon ein bisschen vorteil haben aber wenn sie einen durchbringen bringen sie meistens auch gleich noch einen zweiten mit durchbringen also das ist jetzt so meine erfahrung ich kenne es halt teilweise auch so wenn man wenn sie einen durch haben schaffen es teilweise nicht im zweiten durchzubringen gibt es auch ja das kommt auch manchmal noch vor weil es hatten wir nämlich auch noch zehn sekunden abel zieht sich zurück wir haben es geschafft wir haben verhindert dass sie die kampflinie durchbrechen unser team hatte genug zeit die brücke zu zerstören da ist wohl jemand ein ganz guter verlierer ja ich mein ihr seht definitiv wie ich teilweise mit der waffe verreiße wir starten einen überraschungsangriff durch die kampflinie tief in feindliches gebiet hinein aber wir müssen schnell sein sonst zerstört der feind die letzten zwei drücken und unsere streitkräfte sitzen in der falle ja es passiert unsere panzer und durchbrechen die kampflinie richtung brücke also das haben wir in der letzten runde in der letzten runde geführt der zertrag der hat immer ein wort mit der schaufel ja weiß gar nicht wie der typ da überhaupt auf sowas kommen kann während weit davor beschützt ihn ich habe mir das lachen nicht verkneifen können ja vollkommen zurecht b rückt vor schützt ihn werter rückt weiter vor c rückt vor eskortiert ihn dreck er hat ein messer b rückt weiter vor beschützt ihn hab ihn ok der igel wurde entfernt Anton kann jetzt vorrücken geh mal bei A und stück ihn mit ah ich da nämlich grad gespawnt bin wer wird von einem igel blockiert der igel wurde entfernt Cäsar kann jetzt vorrücken ach bei A ist gar kein zweiter igel da wir haben die kampflinie durchbrochen ja guck gemacht komm schon jawoll C ist auch gleich durch oida perfekt das geht gefühlsmäßig wieder zu schnell ja das ist unser Panzer geht der schritt aus steckt sonst steckt unser vorstoß fest ah ok bei den oh ja oh ja guck dir mal drück mal Tapp oh feindlicher Abwurf wie geht das wie geht das wir waren grad schon zu zweit bei A achso wir haben ihren Hinterhalt zerschlagen aber unser letzter Panzer hat kaum noch Treibstoff klaut welchen vom Feind A erfolgreich geliefert du 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 und A haben wir auch ja das ist schon wieder äh ne die sind ich war grad mit einem anderen bei A darum ging das mit A so schnell weil die sind da nicht rein ja die B erfolgreich geliefert A wurde fallen gelassen ja au na ne das ist schon wieder wir haben A erhalten sorry aber das ich find's halt schade dass sie da nicht wirklich ein Balancing reinbringen ne da ist gar kein Balancing drin direkt Flammenwerfer ja ey schaut jetzt kriegen sie noch in den Level 1 rein kommt kling nein 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 oh der Panzer rückt vor yes ich hab ihn geklaut ich habe ihn geklaut appetit was zum Spamwerfer ja cool Alter Der Panzer ist auf dem Weg! Erbrennt ihn! Weil bei mir grad unten wieder da stand... Weil ich's schon einmal geschafft hab. Ah, da. Da war dann einer. Der Panzer rückt vor! Der Panzer ist auf dem Weg! Achtung, links, der gleich hinter dem... Ah ja, hopps. Nächst, nächst gerade. Ah, fuck. Niemand deskultiert den Panzer! Zieht sich zurück! Es ist nur noch eine Brücke übrig! Wir müssen uns beilen, zum zerstörter Feist ziehen! Der Panzer rückt vor! Das sind Feinde bei der Brücke! Eskultiert den Panzer, damit er die Brücke überqueren kann! Ah, direkt, da darf ich noch gar nicht hin! Ja, du wolltest grade auch rein! Der Panzer rückt vor! Ja, ich wollte nicht rein, ich bin rein! Okay, jetzt... Uhhh! Ab, beide! Der Panzer rückt vor! Ja, gut! Und... Da war ich grade ein bisschen... Viel zu sehr überrascht! Der Panzer ist auf dem Weg! Ja, das merkst du total, dass... voll viele Level 1er drin sind! Der Panzer zieht sich zurück! Niemand des Dami zu esportieren! Das ist wirklich... Dem hab ich das nicht gerechnet! Der Panzer rückt vor! Beschützt dich! Ja, weil sie... Du merkst einfach, dass sie noch... Total unerfahren sind und nicht wissen, was sie tun müssen! Ja! Der Panzer rückt vor! Und wenn man ein bisschen weiß, woher die kommen können, dann... Zwei Minuten, bis der Feind die Brücke zerstört! Ich mein, das... Schau dir mal an! Wir haben noch fast zwei Minuten und sind eigentlich so gut wie früher! Niemand diskutiert den Panzer! Zieht sich zurück! Nehmen die überhaupt auf den Panzer aktiv drauf? Ne... Der Panzer ist auf dem Weg! Wir haben gewonnen! Die Brücke gehört uns! Jetzt können unsere Streitkräfte den Feind vernichten! Die ist sogar noch kürzer wie die letzte! Ja... Super! Naja... Hey, da war ich! Wir kennen mich an meiner Waffe ziemlich gut! Ja... Da würde ich jetzt, glaube ich, vielleicht sagen, dass wir an dem Tag, wo die Folge rauskommt, noch eine zweite rausbringen, weil... Ja! Wir sind jetzt alle irgendwie grad total unbalanced, egal wo wir hingehen! Ja, ich würde fast so sagen, dass man... Ähm... Die... Diese und die letzte Folge miteinander... Äh... Rausbringen! Oh! 55! Yeah! Aha! Jetzt kann er ins Prestige, der Sack! Ähm... Aber ich muss erst noch ein paar Punkte machen! Glaube ich! Ah, okay! Ja! Ich will unbedingt erst, äh... Jetzt... Level... 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 Level 32 werden! Ja! Dann kriege ich bereit, dann kann ich mir noch einen Aufsatz drauf machen! Ja! Aber... Sehen wir dann! Bis dahin! Ciao, ciao! Ciao!